Gibt's bitte schon wieder? Äh, ja. Okay. Dann. Kann weitergehen. Okay. Ähm, ja, hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest mit schwarzem Purple und den zwei laufenden Anikadipalen dahinten oder eingebauten. Oh, 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 ganzes Rudel. Ja, Alter, Alter. Da laufen vier oder fünf Stück rum, ne? Ja, das waren die Kannibalen und hinten im Wald waren gerade die Eingeborenen. Oh, oh. Das ist schon hier oben gerade ganz gut eigentlich. Ja, und das wäre natürlich episch, wenn man von hier jetzt weg praktisch eine Hängebrücke zu einem Baum machen könnte. Ich glaube, es gibt nur ein Problem mit dem Haus später, was sich jetzt erst festgestellt hat. Was? Da guckt man die Plattform an und die Tür. Meinst du, dass das nicht funktioniert? Vielleicht mit Crouch könnte man rein und raus kommen, aber... Ja, schauen wir mal. Da ist nachher bestimmt noch eine Tür drin, oder? Ich weiß es nicht. Ja, werden wir sehen. Werden wir es erfahren. Sonst dürfen wir alles um abreißen. Ja, vor allem gut, dass da keine Loks rauskommen, wenn man was abreißt. Ja. Ja, aber ich tippe mal, dass man hier mit Crouchen durchgehen kann. Ja, es wird knapp. Mal gucken. Schau mal. Mal gucken. Positiv denken. Ja, jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt in der Nacht? Ne, weiß auch nicht. Wenn ich da so rausgucke, dann ne. So raus in den Wald will ich jetzt nicht, wenn ich da fünf, sieben Viecher da gesehen habe eben gerade. Ich muss was essen. Ich habe kein Essen mehr. Ach, doch, ich habe hier noch den Hasen. Hast du noch Sticks im Inventar? Ne, ich habe alle reingetan. In das Lock-Collector-Ding. Ja, weil dann, glaube ich, baue ich noch gleich einen zweiten Stone-Collector. Weil Stones brauchen wir gerade nicht so viel. Die müssen wir dann auch nicht unbedingt nimmer sammeln. Komm schon, gerade schneller. Kann man das Feuer hier eigentlich mal weg machen? Das ist eine gute Frage. Hm, das scheint nicht. Hör, nein! Nein! Was? Was hast du jetzt gemacht? Ach, Pöpö. Ein Hit hat ausgereicht für das Scheiß-Ding. Was ist das denn, bitte? Dann zünden wir mal das nächste an, weil das Problem ist, wir haben jetzt keine Sticks mehr. Ne? Natürlich doof. Ich habe gerade alle verbraten für das Zweite. Warum machst du das alles kaputt hier? Was, ich? Ja, du. Ja, 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 jetzt wäre ich wieder schuld. Der Typ ist du schuld. Wenn sonst. Und wir sollten auch mal... Hallo? Och, Gott, leck. Ne? Hier vor der Base sind welche? So, vier Sticks. Hey, ich konnte das reparieren. Ich habe ein bisschen Baumharz mit. Ja, geil. Hm? Ich glaube, das müssen wir öfter mal machen, dass wir die Wände abgehen und schauen, dass wir das reparieren, wenn es kaputt ist. Hier sieht alles gut aus. Ja, diese Spinne, ey. Voll Deivel. So. So, vier Sticks brauchen wir. Ja, aber es ist direkt vor unserer Base mindestens einer. Nachts kannst du echt nichts machen. Ja, das war echt wegen dem Scheiß-Sibling-Collector, oder was das heißt. Nee, Stick-Collector. Oh, Stick-Collector. Jetzt kommt ihr nicht mehr durch. Nee, da bleiben die draußen. Ja, jetzt, Team, wir haben ja zumindest mal ein bisschen ein Point, wo man safe ist. Oh, ja, aber der Garten hat irgendwie nichts gebracht. Nee, der Garten. Also auf jeden Fall ist ja nicht so, dass du einmal Seeds brauchst, sondern reicht das für immer. Ich glaube, du musst wirklich jedes Mal neue Seeds finden und dann kannst du die einmal anbauen und dann war es dann. Oh, wirklich? Was? Wo? Ist gerade einer mitten in der Luft gespawnt. Wer, ich? Nee, so ein Vieh und der ist dann runtergefallen. Echt? Hm. Ja, genau. Spawnt bei uns in der Hütte. Recht habt ihr. Arschlöcher! Weißt du was? Wenn wir schon mal Zeit haben, ich save meine Rode. Ja, dann speichern mal. So. Oder wir sind jetzt ganz mutig und gehen in den Waldholz fahren. Weil wir gespeichert haben, meinst du, oder wie? Ja, nee, da hinten laufen welche rum. Sollte nicht, einer ist nicht einer hier. Und mit Licht laufen da auch welche. Ja, einer steht hier noch immer vor der Base. Aber eben nur einer. Dann hack ihn um. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Wir brauchen einen Kopf für das Monument, den da. Hau ihm, hau ihm. Jawohl. Hast du den Kopf? Nein, nicht auf die, nicht nach. Wart mal, ich heb das. Alter. Ja, wir haben ja teilweise ein bisschen, ein bisschen Legge bin ich schon teilweise unterwegs. Hm, komisch. Och, hier ist ja nur ein Holzstamm drin. So, dann kann man ja den Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Okay. Oh, ich hab auch nochmal einen Kopf. Juhu. Fertig. Und noch ein bisschen. Ich brauch Essen. Ja, genau. Kletmassen, Kletmassen. Ui, wie das Bein wegfliegt, das ist sehr episch. Kann sein, dass gerade drei Beine abgeflogen sind von dem Typen. Sehen wir mal, häng alles, was du hast, dann das Drying Rack und dann. Kann man aus dem Kopf machen. Head Bomb. Ach du Scheiße. Okay. Das will ich nicht abkriegen. So. Inventorieren, hängen wir mal alles hier. I. Nein, nicht I. Äh, C. Hast du von dem auch Beine bekommen? Ja. Okay, dann kann man die definitiv mehrfach looten. Ja, das kann... Weil ich hab... Ich hab einen Kopf bekommen von dem, du auch. Ich hab zwei Beine bekommen, zwei Arme. Kann man schon... Doch, nicht. Jetzt kann man wieder. Ah, ist doch schön. Ja, vor allem... Ja, Nahrung immer. Ah, noch eine Hand von denen. Guck mal da. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder... Was machst du? Das ist ja widerlich. Ach so, ein Kopf. Das ist ja widerlich. Purple, stell dich in die Ecke. Und den kann man kochen. Und dann... Mh, 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 mh. Sein oder nicht sein, ne? Vielleicht bekommt man so einen Schädel raus. Man kann... Für ein paar Sachen braucht man einen Schädel zum Craften. Okay. Also so Knochen... Schädel, Knochen. Ich setz mich mal kurz her. Ich hab zwar mördermäßig Kohlenampf, aber ich hab jetzt nix zum Kochen im Inventar. Ne. Ja, ich... Ich hau mir mal einen von den Energieriegeln rein. Ja, den Kopf, den brauchen wir jetzt... Den würde ich gerne mal bis zum Schädel runterbrennen lassen. Ja, na. Den kannst du ja. Mich nur interessieren, ob der Mann den auch essen könnte, theoretisch. So, wie sieht's denn jetzt aus mit unseren Freunden da draußen? Das machen wir mit dem Tor so. Vor die Tür kicken wir, die spawnen das, was ich sehe. Hm. Okay. Okay. Okay, oben im Wald seh ich schon wieder so einen rückenbrennenden Arsch. Hm. Und ein ganzes Rudel Kannibalen. Oh, ist nicht gut. Sind zwei, vier, fünf mindestens, wie ich jetzt auf die Entfernung... Ich hoffe, ich hoffe, auf YouTube erkennt man da ein bisschen, weil ich weiß, dass YouTube extrem dunkel ist, aber... Relativ. Desto mehr, dass du Mond seinstest... Jetzt ein Schädel? Ja, ich hab ein Schädel. Ja, hast deinen. Man kann damit irgendeinen Schläger machen. Oh, eine Feder. Sticks oder so. Stein. Quip. Hm, warte mal. Äh, Quip. Warte mal, was war denn das von, was man craften konnte? Achso, die Steine können... Liegen hier? Die Steine liegen schon. Ich fände nur, was die Sticks will nicht. Ja. Äh. Da für eine Laterne kann man das benutzen. Mhm. Decorative. Man kann so ein Deko-Ding bauen. Das war's. Ja, wieso ist unsere Base echt schon geil? Also, ich weiß, wie... Hm. Das könnten wir eigentlich auch mal anzünden, oder? Was? Das ist gut. Ja, der geht halt irgendwann kaputt. Nee, du musst dir nur nachlegen, wie beim Feuer. Nee, vorhin ist er einmal komplett auseinandergegangen. Achso. Ja, gut. Gut. Ähm, einer steht mindestens vor der Tür draußen. Oh, der aber Vogel. Der kannibale. Nee, es stehen drei Kannibalen vor der Tür draußen. Stehen drei Kannibalen auf dem Flur. Ja, 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 ein Kannibale. Aber wo bist du? Hm, ich stehe neben dir. Hallo. Ah, hi. Was ist los, Homie? Jetzt mal Pfeil und Bogen, dann kann man die schön abschießen. Ja, wo hast du nur einen... Achso, den hast du... Der Bogen ist irgendwie einfach verschwunden, wo ich mal gestorben bin. Ja, gut. Als ich die Sachen aufgesammelt habe, war der Bogen weg. Ja, du lootest ja nicht alles. Das ist das Problem. Alter, mach doch unsere... Ah, nicht kaputt! Geht weg! Apparieren. So. Apparieren. So. Es ist aber echt gut, dass ich nicht durch die Tür reinkomme. Ja, das... Also, jetzt zieht es zumindest besser aus als vorher, weil vorher sind die irgendwie reingeglitscht. Hm. Nichts mehr zu essen. Erstmal wieder ausruhen. Och Gott. Eine strengende Nacht. Ich gucke jetzt mal, habe ich dann vielleicht... Oh, es wird Tag, glaube ich jetzt, oder? Ja, es wird Tag. Sehr schön. Ja, sehr schön. Dann können wir... Machen wir uns jetzt dann auf den Weg und schauen, ob wir... Ja, ich würde jetzt Lust haben auf Erkunden, ja. Ja, ja, machen wir mal Erkunden, weil... So... Die Viecher weg. Wie es aussieht, ich glaube... Aber ich sehe so gerade nicht mehr. Ja, vielleicht stehen sie... Ne, sie sind... Sie sind weg, ja. Okay. Gut, ich nehme mich schluss mit dem Wald. Ja. Die Frage ist... Magst du schon mal in die Falle reingucken? Weil es ist ja schon nochmal drin. Auszieht nicht danach aus. Doch, es ist was. Sie ist zumindest ausgelöst. Ein Lego an. Oh. Kann man die... Die kann man aber nicht farmen, oder? Also. Ne, den habe ich jetzt getötet. Also. Oh. Oh. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir beide mal so eine Rüstung da zusammenkriegen für uns. Ja, das wäre schon... Jetzt ist halt die Frage, gehen wir mal im Strand entlang oder willst du durch den Wald? Siehst du zwei im Wald? Dann gehen wir am Strand entlang. Schauen wir mal. Vielleicht ist bei dem Container unten noch was. Irgendwo. Das letzte Mal war da nix. Vielleicht spawnen aber auch schon wieder Schildkröten. Das wäre auch mal was. Ja, Schildkröten brauchen wir eigentlich nicht mehr momentan. Also die Panze sind nicht mehr. Na, wegen dem Fleisch halt. Ich habe eh noch einen Panzer im Inventar. Okay. Vielleicht braucht man zu essen. Hab achbar. Das ist so geil. Hier fliegt das Zeug hier durch die Luft. Einfach schon. Ja. Das ist immer, wenn die reingeladen werden, dann fliegen die durch die Gegend. Und im Container ist nix. Was habe ich denn hier? Habe ich hier eine... Alter, hier liegt Zeug jetzt wieder rum, das... Was... Ja, Alkohol findet das hier ganz viel. Ja, so ein Monokoff-Cocktail ist ja relativ einfach gebaut. Du brauchst ja nur Alkohol und... Und setzt sich selbst damit in Brand. Und so Lumpen. Nee. Hier im Container ist nix. Ist das? Ah, ein Stein. Oh, Medizin ist hier drin. Wo? Ich will auch im Container. Guck mal, jeden Container hier oben rein auf den Berg. Da sind noch zwei Dinger. Bei einem anderen Container ist nix, nee. Nee, der ist leer. Aber hier oben sind noch zwei Medizindinger drin. Ja, das sieht auch sehr nach... Das bewohnt aus. Also ob da hier irgendwer mal... Aber das ist neu gespawnt, weil ich war da schon mal drin, hab da Sachen rausgeholt. Also hier könnte öfter was spawnen, da sollte man mal vorbeischauen. Ja, gut, dass man nicht weit... Ja, da hat der Schäle hier gebunkert. Hast du dir jetzt aufgenommen? Ja. Weil bei mir stehen immer noch zwei Mediziner. Ja, bei mir nicht mehr. Nee, drum, du kannst beinahe... Alles klar. Dann hab ich jetzt sechs Mediziner. Oben bei dem Tieraug ist auch irgendwas drinnen. Bei dem... An der Wand, da glitzert irgendwas im Auge für mich. Das kannst du sicher auch looten. Oh. Gehört? Und die kloppen sich gerade da hinten. Schau mal, ob du da oben auch was looten hast. Das ist ne Kassette. Ja, irgend so. Kassette for Collected. Wolf on Fire. Vielleicht kriegt man irgendwann so ein Kassettenspiel. Möglich, ja. Möglich, möglich. Dann können wir ein bisschen Mucke anmachen. So. Ich glaub, an dem Strand werden wir nicht mehr viel finden. Ne, hier. Vielleicht ein paar Kisten oder so. Daumen gehen zwei. Hm. Oh, ich brauch was zu essen. Ja, essen wär echt kein Fehler. Bitte seht uns nicht. Irgendwürd ich gern wieder in den Wald gehen. In the forest. In the forest. Wir sind noch Koffer. Wir sind schon offen. Da sind wir hierzu. Bitte lass ein Schokoriegel drin sein. Und Schokoriegel. Hast du keine Schokoriegel? Ja, Schokoriegel. Ach. Glückspilz. Yeah. Schokoriegel ist so geil. So, cloth, cloth, cloth. Ja, auch wichtig. Klaus, Klaus. Klaus, yeah. So, schauen wir mal, was man da... Unser Home sieht man hier von hier aus gut. Jetzt ist es ja zum Glück über die ganze Map. Äh. Schön Sticks nebenbei aufsammeln, ne? Ja, ja. Bin ich dabei, natürlich. Schade, dass man die Bären... Die Bären hier sind auch genießbar. Kein Plan. Doch, doch. Ich ess sie gerade. Nur falls... Oh, scheiße. Ich hab den Busch kaputt gemacht. Was ist mit dem hier? Also ich bekomm ein bisschen Schaden von denen. Ne, ich hab keinen Schaden bekommen. Und ich hab hier auch noch so komische Rotenpflanzen, die ich üben kann. Ja, manchmal sind das halt einfach so Kräuter. Und die kannst du für irgendwas zum Craften benutzen oder essen. Äh. Ja. Gott sei Dank. Und hier ist ne Lichtung. Ja, Lichtung. Welche Lichtung gehen wir weiter? Ich muss ja gerade... Ja, das Problem ist, du erwischst die so fast nicht. Das sind Seeds. Das ist schon mal gut. Da wär auch wieder ein Bogenhammer. Und für Bogen braucht man aber Seile. Seile... Dann brauchen wir ganz viel Dings für. Hey, hier liegen auch noch Koffe. Cool. Ja, oder in den eingeborenen Dörfern hängen die rum. Die Seile. Alter, das ist mal ein Büschchen. So, hier ist wieder Strand. Ne, ich bin hier noch irgendwo mitten im Wald. Alter. Wie groß... Hast du eigentlich eine eigene... Irgendeine Ahnung, wie groß die Map ist? Ne, kein Plan. Okay. Ja. Da hinten ist wieder so eine Klippe mit einem riesigen, toten Baum drauf. Da können wir ja mal hingehen. Und Zelte. Klippen mit einem riesigen, toten Baum drauf? Ich hab einen Topf. Ja, echt! Ach, geil. Dann können wir den Hartz-Collector... Warte, dann komm ich aber auch noch mit dem Topf. Dann müsste ich auch lupen können. Ja, dann warte ich hier gerade. Hier ist ein riesiger Anker. Okay, krass. Kann man hier unter Wasser schwimmen? Ne. Das lohnt sich nicht. Wo ist der Topf? Hier vor einem Zelt war einer. Der stand hier vorne. Da vorne läuft so ein... Ja, ich hab auch einen Topf. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne nochmal zum Baum da oben hinlaufen. Ja, da oben ist gerade ein Kallib... Ne, der ist hier unten. Der Kallibale. Hallo, Gott. Hast du einen Ring verloren? Spacko. Ne, ist ganz schön weitläufig. Ja, absolut. Holy moly. Und da unten ist ein Boot im Wasser. Was? Waren da nicht... Auf so einem Boden waren auch glaube ich immer Sachen drauf. Ja, ja. Du kannst hier überall Sachen looten. Alter, der Baum ist ja episch. Ja, der sieht cool aus. Oh, das sind ja doch Bilder drin. Da hängt auch was dran. Ah, ja. Was hängt dran? Da baumeln Sachen dran. Das sind andere... Andere Touristen, oder was das ist. Ja? Also hier ist noch einer ziemlich vollständig mit Klamotten an und Haaren. Friedeival. Wo bist du eigentlich? Ja, hinter dir. Oder neben dir. Da kann man nix tun, wie es aussieht. Ne, leider. Ich hab auch geguckt, ob man die vielleicht... Ne, hier ist was. Guck mal, siehst du das hier? Was? Hier wird ein Bombensymbol angezeigt. Hier kann man bestimmt was reinsprengen und dann irgendwie in die Höhle gehen oder so. Ja, das sollten wir... Ja, aber im Strand entlang und dann hier. Ja, müssen wir... Das müssen wir uns merken. Ja. Ja, das ist halt nicht schwer zum Finden zum Glück. Kann man... Was macht man denn Explosives? Oder brauchen wir bestimmt irgendwelche elektrischen Sachen für? Ja, ja, vielleicht finden wir da ein Boot was. Wir sind auf zum Boot. Vielleicht schaffen wir es auch in dieser Folge. Ja, alles sicher. Ein paar Minuten haben wir jetzt die Folge sowieso länger gemacht und dann ein bisschen Pause. Also ein, zwei Minuten haben wir noch. Und alle Zuschauer, die zu früh abgeschaltet haben bei der Folge, selbst schuld. Dann voll die Spackos. Ja, genau. Guck bis zum Ende durch, wenn du dann bist scheiße. Was der Fall. Tschö. Was der Fall. Schick, schick. Hier liegen auch wieder Koffer. Hier sind Fische. Wenn du einen Speer hast, kannst du hier Fische fangen. Wie macht man jetzt einen Speer? Oh, Schildkröten sind die auch noch. Ja? Ja. Ne, aber... Okay, so geht's nicht. Schildkröte. So, Batterien. Was habe ich? Ah, ich habe zweimal Munition für... Ach, komm schon. Ich höre dich, du brauchst kein Wackel. Für die Leuchtrakete. Oder für die Leuchtpistole. Oh, nice. Oh, ne Uhr. Ja, ich habe wieder ne Uhr. Einer, ich... Tausende. Meine sind alle verloren gegangen. So. Gibt's ja eigentlich böse Sachen im Wasser? Wir werden es erfahren. So Stranded Deep mäßig, meinst du? Ja. Ich höre dich, dass wir hier in den Haar kommen und schnappen. Aber, weißt du was? Einfach, weil wir es können, machen wir hier einen Cut, bevor wir aufs Boot gehen. Was wird auf dem Boot sein? Keiner weiß es. Werden wir jemals dort lebend ankommen. Keiner weiß das. Gut. Dann hätte ich gesagt, tschüss, Milieu und tschau mit auch. Daumen nach oben. Ja. Alle.